Ja, aber ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Sturmbahnführer Dieter Hellström ist da. Bewege deinen Arsch ins Auto. Ich mich vielleicht erkundigt. Aber auch ich, mein sehr gut ist, wozu akzeptiert. Wunderlich. Bin ich die Geschichte des Negas in Amerika? Nein. Getraut. Das war ein Scherz. Dreie Gläser. Ich sage, ich habe gewohnt von dem Arten-Terrain. Es ist egal, was mit den anderen Leuten hier in diesem Raum ist. Jetzt war ich nur gut.